hey yo bro ich bin's euer marlon ich bin unterwegs mit meiner puppe stacy wir fahren in den wald alter wald so was habe ich noch nie gesehen wald wird das erste mal für mich für stacy auch und wir sind noch nie im wald gewesen ja noch nie es wird volles krasse adventure für uns und wenn irgendjemand wenn wir wenn wir sterben ja wenn wir sterben bei bei unserem krassen outdoor trekking dann und jemand findet das video hier dann will ich nur einmal gesagt haben ich bin diese baum sache voll geil ich bin bin diese bäume voll gut auch krass das habe ich noch nie gesehen aber kein problem wir haben alles dabei was wir zum leben brauchen cola snickers handy alles alles dabei ey wahnsinn oder voll die hochwertige landschaft ich wünschte ich könnte es in 3d sehen knüller oder wahnsinn voll krass so voll der weg der ist uralt bestimmt bestimmt zwei millionen jahre da sind schon wir sind schon dinosaurier drauf gelaufen bestimmt so voll freestyle gepflastert und so es ist hammer 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 ich sag doch mal ist doch voll gut hier weißt du nix zu shoppen man ey wo ist hollister man ich will shoppen man also ich habe gehört man kann alles im wald essen man kann sich man kann sich auch kleider machen hier aus sehen aus den ganzen sachen und so wir können ja einfach mal ein bisschen ein bisschen weiter reingehen vielleicht finden vielleicht finden wir da essen gefällt dir nicht hier ja voll krass ey voll krass ja voll krass boah ey komm ey guck mal wie das wie fein das gearbeitet ist alles wie vom wie vom 3d drucker ey du bist voll unteid du verstehst das überhaupt gar nicht wie komplex das hier ist alles und so man kann dich echt für gar nichts begeistern überhaupt nicht alle augenbrauen sind voll schäpp man ey geil ist doch voll die krasse luft hier oder nee mir stinkts ey und das ist ja wohl mal voll abgefahren was ist das alter au boah boah das hat mich attackiert das hat mich voll angegriffen ey lass mich in ruhe man ey das ist mir zu schräg das ist mir zu schräg ich will hier weg das ist mir zu krass das ist mir viel zu krass boah alter da ist irgendwas totes da ist irgendwas totes da ist voll die leiche von irgend so einem ding ey boah spuky voll spuky alter alter es wird immer finsterer es wird immer finsterer da sind da sind zeichen an den bäumen da sind zeichen da sind zeichen da ist eine vier das ist eine vier du warst doch mal vier jahre auf einer auf einer nageldesign schule ey das wird mir hier voll langsam zu krass ey und ich krieg grad voll den husten voll voll heavy alter das können da können doch nicht einfach irgendwie plötzlich so hügel sein was ist denn hier los was passiert hier alter wir müssen hier raus wir müssen hier raus aber ich sehe keinen weg wir müssen hier boah was ist das was ist das was ist das was ist das boah boah was ist das es kommt immer näher was ist das pf ey alter stirbst du etwa ey du stirbst doch nicht jetzt oder ey stirb mir nicht weg ey wie geht nochmal heim heimlich griff Spock griff ponck ich kann nur so wrestling und judo fuck Der Wald hat sie umgebracht. Shit, bro. Alter, wie komme ich hier weg? Ich habe gar keinen Führerschein. Ey, lass mich. Bleib weg. Nein, nein. Oh, was ist das? Ich habe eine Kamera gefunden. Schon wieder ein Pärchen erwischt. So. Wir machen jetzt mal ein Gruppenfoto. Das war schon das 20. Liebespaar diese Woche. Das ist dein Jubiläumsfoto wert. So. Alle mal näher beisammen rücken. Ach, Herze Rinde. Jetzt stell dich doch nicht immer so abseits. Nee, ich mag mir das Foto. Du weißt, ich habe so viel zu genommen. Rolf, jetzt zieh doch nicht immer so Grimassen. Ja, du hast leicht reden. Du bist ja auch kein verzauberter Prinz. Hier nicht so rumzappeln, da hinten. Ich habe es doch so eilig. Ich muss gleich zum Sport. Oh, das stimmt. Ein bisschen mehr Bewegung würde euch wirklich gut tun. Und, magst du mit aufs Gruppenfoto? Ei, nee, mir geht es heute nicht so gut. Ei, wieso das denn nicht? Ei, ich bin heute voll angepisst worden hier, mitten in die Fresse. Oh, du siehst doch nicht so gut aus. Ei, ich habe mich schon wieder geritzt, weißt? Oh, das ist aber nicht schön. Ich mag es ja gern, wenn mir mal ein Herzchen geritzt wird. Ego, du bist ja auch nett. So ein Emo-Baum wie ich weiß. So, jetzt aber alle schön zusammenstehen. Nicht so wie andere Wurzeln, ein bisschen lockerer. Arriba, nicht immer so eine Fresse ziehen. Komm, Buschelchen, komm, du kannst auch noch mit aufs Bild. Buschelchen, komm. Ja, das ist doch ein schönes Foto. Oh, genau. Vielen Dank.